SWR 1 Leute Neid, der Radiotalk im SWR Fernsehen. Einen vielfach ausgezeichneten Gast habe ich heute in SWR 1 Leute. Er hat Preise gekriegt als Hornist und er hat elf Goldmedaillen bei den Paralympics insgesamt errungen. Und zwar bei Sommerspielen und bei Winterspielen. Es geht um Matthias Berg. Guten Tag, Herr Berg. Hallo, grüß Gott. Sie haben jetzt etwas mehr Zeit, mal wieder bei uns vorbeizukommen, weil Ihr Hauptjob zu Ende ist. Sie waren erster Landesbeamter als Vizelandrat in Esslingen. Seit dem 1. April nicht mehr und das ist kein April-Scherz. Nein, leider nicht. Ich habe das sehr, sehr gern gemacht, aber ich musste leider aufhören, weil das mit den Augen nicht mehr funktioniert hat. Ich hatte vor viereinhalb Jahren multiple Netzhautablösungen, einige Operationen, vielfach gelasert und ähnliches. Ich bin mit Details gucken und lesen nicht mehr klargekommen, wie ich das für diesen Job brauche. Denn es ist ein Job, wo man sehr viel um die Ohren hat und da muss viel in kurzer Zeit geschafft werden. Und das ging nicht mehr, ohne dass ich meine Augen deutlich mehr gefährde. Und deswegen musste ich einfach die Reißleine ziehen. Ich habe jetzt zum ersten Mal, als ich mich auf diese Sendung vorbereitet habe, den Begriff Augenmigräne gehört. Mag ja sein, dass es eine große Bildungslücke bei mir ist, aber das meint was konkret? Ja, die Bildungslücke hatte ich auch bis dahin. Also das bedeutet, das Auge fängt plötzlich an zu flimmern und das beginnt an einem Eck vom Auge und dann zieht sich es über das gesamte Auge und dann sehe ich eine Stunde gar nichts mehr auf dem Auge, weil alles komplett flimmert. Und das nennt sich Augenmigräne, geht einher, entweder mit Kopfschmerzen, das hatte ich auch mal, aber vor allem, dass man einfach nichts sieht für eine Stunde. Und das ist ein Überlastungssymptom, da sagt das Auge, lass mich in Ruhe, ich brauche wieder mal Ruhe und dann, wie gesagt, schaltet es einfach ab. Und wenn das häufiger kommt, und das war bei mir der Fall, muss ich einfach sehr vorsichtig sein, sonst geht es auf den Sehnerv, wird chronisch und dann war es das mit gucken und das wäre ganz schlecht. Und dann ganz offen gestanden, da ist mir nicht so viel wert, wie dann die Gesundheit. Das ist verständlich. Ist ja auch gut, wenn das Auge rechtzeitig Bescheid sagt, aber wenn man das zum ersten oder zweiten Mal hat und gar nicht genau das einschätzen kann und dann erstmal nichts mehr sieht, ist auch die Angst furchtbar groß, dass das so bleibt. Ja, ich habe einen ziemlichen Schreck gekriegt, muss ich sagen, weil ich auch nicht wusste, was es ist. Ich konnte zwar mit dem anderen noch einigermaßen gucken, aber das ist dann schon erstmal bedrohlich. Ich war dann wieder in der Uniklinik in Tübingen, da bin ich super versorgt worden in allem, was ich hatte. Und da wurde ich dann aufgeklärt, ja, das ist Augenmigräne, erstmal völlig harmlos, es sei denn, man kriegt es häufiger und in kürzeren Abständen, das war bei mir der Fall. Und deswegen, wie gesagt, also Vorsicht geht vor. Ich sagte, Sie haben elf Goldmedaillen bei Paralympics errungen. Es hieß früher mal Weltspiele der Gelähmten und so weiter, bis sich das dann zu der heutigen Begrifflichkeit entwickelt hat. Das heißt, Sie haben ein Handicap, Sie sind Kontergan geschädigt zur Welt gekommen und deswegen haben Sie dort mitgemacht, das hat Sie auch nicht gehindert, das Horn zu spielen. Wie Sie auf dieses Instrument gekommen sind und zwar speziell ausgerechnet auf dieses, werden wir gleich noch klären. Aber eine Frage noch zu der Firma, die Kontergan auf den Markt gebracht hat. Ich habe von Ihnen gelesen, Sie haben ja auch ein Buch geschrieben, Mach was draus, worüber wir noch reden wollen. Sie hegen keinen Zorn? Eigentlich nicht, eigentlich ist es mir wurscht, ganz offen gestanden. Wir haben einen Interessenverband, früher durch die Eltern, jetzt durch uns selbst, die sich auch auf politischer Ebene sehr dafür einsetzen, dass da so eine Art von, in Anführungszeichen, ich sage mal Gerechtigkeit oder zumindest Einsicht folgt bei der Firma. Aber mir persönlich, ganz offen gestanden, es würde mir auch gar nichts bringen. Ich gucke nach dem, was ich habe, was ich draus machen kann. Und selbst wenn ich jetzt solche Gefühle hegen würde, sie würden mir gar nichts bringen, außer, dass ich wahrscheinlich dauerhaft unglücklich würde. Also sage ich, lasse ich es links liegen, weil es mir ja gar nichts bringt. Du bist vor kurzem erster Landesbeamter als stellvertretender Landrat in Esslingen. Und der erster Landesbeamter konnte ich mir noch nie was vorstellen. Ich glaube, einer der verstaubtesten Begriffe überhaupt. Vor allem, ich frage mich immer, wer sich das hat einfallen lassen, weil es gibt ja nicht mal einen zweiten. Also insofern gibt es einen ersten. Es gibt nur einen einzigen Landesbeamter. Ja, genau, super. Also ja, das muss schon ein Wortakrobat beamtlicher Natur gewesen sein. Aber es ist im Prinzip der Stellvertreter des Landrats. Und ich habe zwei Funktionen dort gehabt, nämlich erstens Stellvertretung, klar. Das heißt auch repräsentieren, Grußworte erhalten und ähnliches. Aber eben auch ein Dezernat leiten, also ein fachliches Umwelt und Technik war mein Bereich mit rund 300 Kolleginnen und Kollegen. Und eben Vize von rund 1.800. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und wie groß ist das Loch, in das Sie jetzt seit dem 1. April, kein April-Scherz, gefallen sind, weil Sie das ja wegen Ihrer Augen-Netzhautablösung aufgeben mussten? Also sagen wir so, das war ein vorbereitetes Loch im Prinzip, weil das ist zwar, natürlich habe ich das nicht öffentlich gesagt, aber seit rund einem Jahr war klar, dass es dauerhaft gar nicht machbar ist. Und dann brauchen wir noch Gutachten und dann brauchen wir hier was und da was und Ärzte und so. Sodass ich schon die Möglichkeit hatte, mich vorzubereiten. Und das Loch ist auch deshalb nicht groß, weil ich schon immer eher breit aufgestellt war. Ich hatte die Musik, gut, die habe ich jetzt seit viereinhalb Jahren nicht mehr, aber ich habe immer wieder auch Vorträge, ich habe Seminare, die ich halte. Es geht um Haltung, es geht um Führung und Menschen entwickeln und besser machen und solche Dinge mehr. Und da musste ich das meiste absagen, was an Anfragen kam, weil es einfach zeitlich nicht machbar war. Und für mich war klar, mein Haupt- und Erstjob ist erster Landesbeamter beziehungsweise im Landratsamt. Und das andere musste vielleicht einmal, maximal zweimal im Monat stattfinden und mehr eben nicht. Jetzt brauche ich nichts mehr absagen. Jetzt kann ich das dann annehmen, machen und auch für mich selber weiterentwickeln. Und das macht mir super viel Spaß. Also im Prinzip sind Sie jetzt hauptberuflich Motivationstrainer. Sowas, genau. Es geht um Motivation, wobei Motivation klingt so ein bisschen oberflächlich, so Tschakka und sowas. Das ist überhaupt nicht so. Heiße Kohlen gibt es bei Ihnen im Seminar nicht? Nein, die gibt es nicht. Was es gibt, ist die Frage, wie stehe ich zu mir selber, wie gehe ich mit mir um, wie rede ich mit mir, wie gehe ich mit meiner Verantwortung um, wie gehe ich mit anderen um. Und oberstes Titel heißt bei mir immer wieder auch, wie gehe ich mit meiner Selbstdisziplin um. Das heißt, wie viel lasse ich mir von mir selber gefallen oder habe ich mich selber einigermaßen im Griff. Und das ist so das Wesentliche und das ist die Basis. Und darauf kommt dann, wenn ich andere führen will, muss ich erstmal mich selber führen. Wie geht denn das überhaupt? Wie kann ich mit meinem Körper, mit meinem Geist arbeiten, um mich selbst zu entwickeln und dann auch andere mitzuentwickeln. Das ist so, diese zwei wichtigen Schritte sind das, sich selber anschauen und dann, wie gehe ich mit anderen um. Da gibt es Möglichkeiten, gibt es natürlich Bewusstseinsdinge. Es gibt aber auch so klassische Werkzeuge, die man in die Hand nehmen kann, um zu sagen, ja, schau hier drauf und dann kannst du ein bisschen weiter dich entwickeln und, und, und. Und das macht mir sehr viel Spaß und ich glaube, die, die bisher so dabei waren, irgendwie auch. Irgendwie sind sie immer wieder gebucht worden, sind ja auch schon seit Jahren oder Jahrzehnten zum Beispiel bei den gleichen Auftraggebern. Die müssen mit ihnen auch zufrieden sein. Ich meine, wenn man sie anguckt, sie sind ja das lebende Beispiel dafür, dass es funktioniert, was sie den Leuten beibringen wollen. Sie sind mit einem Handicap zur Welt gekommen und haben so fantastisch was draus gemacht, dass es ihnen, ich glaube ihnen auch, dass es ihnen einfach gut geht heute. Ja, es geht mir tatsächlich auch gut. Sie wirken nicht nur so, es stimmt wirklich. Ja, so ist das, es geht mir wirklich gut. Innerlich, einerseits das weinende Auge, weil ich das sehr, sehr gern gemacht habe, was ich gemacht habe und das lachende Auge, dass ich jetzt deutlich mehr Zeit habe, eben, es wird was ganz anderes sein. Und für mich war, die Ausgangsfrage, warum ich überhaupt mal gebucht wurde, war, ich hatte irgendwo so ein Fernsehinterview BR Alpha und dann rief jemand an und sagte, wie geht denn das? Musik ganz gut, Sport ganz gut, in zwei Nationalmannschaften, Juristerei ganz gut und das eigentlich mit eher ungünstigen Startvoraussetzungen, nämlich einer Behinderung. Habe ich gesagt, ja, keine Ahnung, habe ich mir auch nicht so richtig Gedanken drüber gemacht und dann habe ich mir darüber Gedanken gemacht und dann angefangen, genau das zu sortieren und dann anzubieten. Ja, und dann kamen die Leute und wollten es wissen. Ja, war ganz schön Fille, was sie daraus gemacht haben. Sie müssen natürlich darüber sprechen, wenn man so verkürzte Arme hat und nicht so viele Finger wie andere Leute an der Hand, wieso man dann Horn spielt. Ja, habe ich meinen Eltern zu verdanken. Meine Eltern sind Vollblutmusiker, alle beide. Ich habe noch zwei Geschwister, älteren Bruder, jüngere Schwester, auch Vollblutmusiker und ich war eben auch musikalisch als kleines Kind und meine Eltern haben sich gefragt, was kann denn der Bub überhaupt für ein Instrument spielen, weil Gesang kam irgendwie gar nicht infrage. Das war klar. Ja, und dann haben sie es. Ich hoffe, das war von Anfang an klar. Weil singen in der Familie fand ich immer kein Rund war, war überhaupt nichts. Ich habe einfach keinen Spaß dran gehabt, obwohl meine Mutter immer sagt, ach, du hast so eine schöne Stimme. Aber es war mir völlig wurscht als Kind. Nee, singen war nichts. Und dann hier war die Frage, Instrument. Wir haben sich als erstes gefragt, was geht denn nicht? Ich glaube hier zum Beispiel, brauchst du Reichweite, brauchst du mehr Finger, mehr Kontrolle. Streichinstrumente haben alle den Bogen zum Ziehen, geht auch nicht. Holzblassinstrumente, alles zehn Fingersysteme, bleibt Blechblassinstrumente. Posaune hat einen langen Zug, kannst du vergessen. Trompete muss man hochhalten, geht auch nicht. Es blieb eigentlich nichts anderes übrig als das Horn. Das war im Prinzip das Einzige, was nicht durch den Rost geflogen ist. Ja, und dann haben sie ja gesagt, ja, bevor wir jetzt so ein teures Instrument kaufen, umbauen, erst mal probieren. Und da war ich sechs Jahre, habe ein Jagdhorn, so ein kleines Fürst-Plesshorn geschenkt bekommen und habe zusammen mit meinem Vater dann Jagdsignale gehupt. Ja, und zur Freude der Nachbarn wahrscheinlich. Jedenfalls, das hat mir viel Spaß gemacht, meinem Vater. Und dann habe ich mit sieben Jahren meinen Waldhorn bekommen. Mit sieben? Und Sie hatten richtig Spaß dran? Ja. Das hat sie niemand gezwungen und reingeprügelt. Nee, sagen wir so, am Anfang nicht die ersten drei Jahre noch in Detmold gewohnt, also bis ich zehn war, dann umgezogen nach Trossingen. Da war es schwierig, weil ich mich insgesamt einfach schwierig gefühlt habe, bin da ganz schwer reingekommen, wurde auch gehänselt und so. Und da haben meine Eltern dann schon, als ich elf war und ein Jahr lang das Ding nicht mehr angerührt hatte, schon mit elterlicher Gewalt, das Mundstück wird an die Lippen geschraubt. Also sie selber behaupten bis heute, sie hätten mich mit pädagogischen Mitteln ans Instrument wieder herangeführt. Das ist nur eine andere Begrifflichkeit, kommt aber auch selber raus. Ganz genau, so ist das jedenfalls. Das Dumme ist ja, Eltern haben immer recht, also es war natürlich richtig, dass sie es gemacht haben. Manchmal haben sie sogar recht, aber es fällt einem dann erst später auf. Ja, so ist es, ja. Jedenfalls kam ich dann wieder zum Horn. Ja, und das wurde dann gut und jugend produziert, viermal mitgemacht insgesamt. Beim Abitur dann Bundeswettbewerb gewonnen mit der höchsten Punktzahl und dann eben auch halt studiert. Ja, so kam es dazu, Horn. Sehr schön. Sie haben gesagt, Sie waren in Detmold, kenne ich mir auch ein bisschen aus in der Gegend. Ich habe in einem Regierungsbezirk ja auch mal gewohnt, Ostwestfalen-Lippe, ist schon ein ganz eigener Schlag, aber Sie sind von da danach ins Schwabenland gekommen. Genau. Als ich zehn Jahre alt war, ja, nee, das war ziemlich heftig, nach Trossingen, also Stunde südlich von Stuttgart. Und das hat, ich war halt in Detmold überall bekannt, jeder kannte mich, habe nie das Gefühl gehabt, Behinderung ist was, was behindert, sondern irgendwie ein bisschen anders, aber das war es. Trossingen kannte mich keiner, war ich das einzige Kind, da hieß es dann Krüppel, Kurzärmele, Kupferdechle, geh doch zurück ins Heim und solche Dinge. Kupferdechle, das liegt an Ihrem Haarschopf und Sie haben ja schon mal gesagt, Sie haben sich dreifach behindert gefühlt. Ja, das war am Anfang eine ziemlich harte Zeit, weil ich, dort kannte mich niemand, da war ich neu. Und wie das so ist, man wartet nicht unbedingt darauf, dass endlich die Familie Berg nach Trossingen zieht, sondern man ist erstmal so, reich schmeckt da, völlig fremd da am Anfang. Und ich sage deshalb, dreifach behindert, weil rote Haare, kurze Arme, kein Schwäbisch. Wobei das kein Schwäbisch am Anfang echt heftig war, Nachbarn nicht verstanden, Lehrer nicht verstanden, Mitschüler nicht verstanden, erstmal gar nichts verstanden. Und das war ein paar Jahre lang richtig heftig, weil da war ich Außenseiter. Vorher mittendrin, und zwar ganz selbstverständlich, plötzlich wollte keiner mit mir was zu tun haben, also kaum jemand mit mir. Und dann sieht man natürlich auch nur die, die nichts mit einem zu tun haben wollen und die, die es gut meinen, die kriegt man gar nicht so richtig in den Blick, die gab es mit Sicherheit. Und das hat viele Jahre gedauert, bis ich mich an Trossingen und Trossingen sich an mich gewöhnt hatten. Nachher war das toll. Ich habe einen super Freundeskreis und habe mich in Trossingen dann sehr, sehr wohl gefühlt, aber das hat subjektiv gefühlt viel zu viele Jahre gedauert. Sie haben aber auch als Erwachsener noch gemerkt, dass es mit manchen Leuten schwerer auszukommen ist als mit anderen. Dass jeder nicht so gut mit Ihnen und Ihrer Behinderung umgehen kann, wie das eigentlich sein sollte. Es gab die Wohnungssuche in Ludwigsburg. Ja, das war auch eine Krönung von Erfahrung. Also im Jahr 2000, also nicht 1483, aber es war irgendwie finsterstes Mittelalter zwischen den Ohren. Da ging es um meine Frau und ich, ohne Kinder noch, haben eine Wohnung gesucht und haben eigentlich auch was Netztes gefunden. Und zwar der Vormieter hat uns gefunden, also nicht der Eigentümer. Ja, und dann haben wir alles angeguckt und wunderbar und waren uns handelseinig, bis dann der Vormieter nochmal anrief, einen Juristen, einen Rechtsanwalt und sagt, ja, das wird jetzt doch schwierig. Und wart ihr gestern in der Wohnung? Ja, wir haben so ein bisschen ausgemessen geguckt. Ja, da hat euch der Eigentümer auf dem Balkon gesehen von außen. Ja, ist ja nicht so schlimm, muss ich eh vorbei, Vertrag unterschreiben. Ja, aber es ist doch schwierig. Ich sage, der druckst doch nicht rum, was ist denn los? Und dann hat er gesagt, ja, der hat angerufen bei ihm und hat dann gesagt, ein Behinderter kommt mir nicht in die Wohnung. Das war in Schwieberdingen. Also, ja, und da habe ich erst mal gestürzt, habe gesagt, was hat der gesagt? Ja, ein Behinderter kommt mir nicht in die Wohnung. Und da habe ich mir lange überlegt, soll ich dem jetzt so richtig eine verpassen? Weil, ich meine, das ist ja im Jahr 2000, wie gesagt, das kann doch gar nicht sein. Seit 1993 steht im Grundgesetz irgendwie, darf nicht diskriminiert werden wie eine Behinderung. Und dann macht einer sowas, sagt das jemandem, das ist ja Beleidigung plus Diskriminierung. Gehe ich jetzt zu meinem Hausarzt und lasse mir irgendwie Depressionen verschreiben oder sonst was, um das ein bisschen teuer zu machen. Dann habe ich mir gesagt, nee, das lässt du bleiben. Dein Grundmotto ist, was kratzt es eine deutsche Eiche, wenn sich eine Wildsau an ihr reibt? Das ist jetzt ein Testfall, ob du das auch schaffst oder ob du nur darüber redest. Ich habe gesagt, den lässt du schön in Ruhe, weil letztlich gibt es zwar ein paar tausend Mark, damals noch Entschädigung, Schmerzensgeld, aber die Wohnung will ich doch sowieso nicht haben. Lass den in Ruhe und lass vor allem dich selber in Ruhe. Das raubt dir Zeit, Freude und 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 Nerven im Zweifel, weil dich alle paar Wochen mit diesem Typen rumschlagen muss. Dann, wenn es vor Gericht geht, sagt, nee, das lässt du schön bleiben. Und ich glaube, ich bin richtig gut damit gefahren, solche Dinge nicht weiter zu verfolgen. Deswegen loslassen, abhaken, deutsche Eiche, wenn die Wildsau kommt, reiben lassen, fertig. Das war es dann aber auch schon. Bei wie viel Paralympics, also diesen Olympischen Spielen für Behinderte, wie das früher hieß, oder noch früher Weltspiele der Gelähmten, bei wie viel waren Sie aktiv dabei als Sportler? Bei sieben. Bei sieben? Viermal im Wintersport, dreimal im Sommersport, ja. Und anschließend dann noch als Experte? Ja, seit dem Jahr 2000 fürs ZDF. Alle zwei Jahre, also immer im Wechsel, Winter, Sommer. Weil die jemanden gesucht haben. Schön, wenn man sich so festgelegt ist, dann kann man alle zwei Jahre so Olympischen Spielen spielen. Ja, genau, das ist super, das ist große Klasse. Die haben jemanden gesucht, der ein bisschen erklären kann, was im Behindertsport eben anders ist. Wie Prothesen funktionieren, wie ein Rennrollstuhl, wie das ist, wieso ist es fair, wenn Unterschenkel gegen Oberschenkel amputiert, zum Beispiel, im Weitsprung antreten. Ist das fair? Ja, natürlich. Keine Ahnung. Ja, die springen mit Faktorensystemen. Das heißt, der Meter des einen ist nicht gleich der Meter des anderen. Sondern da gibt es einen Rechenfaktor, da wird gesagt, mit einer Oberschenkelprothese kann der, jetzt nur als Beispiel, 95 Prozent des anderen nur erreichen. Und da wird seine Weite mit 0,95 multipliziert und dann ist das vergleichbar. Dann können die tatsächlich gegeneinander starten. Das Problem ist ja, es gibt in manchen Klassen zu wenig Kolleginnen und Kollegen mit Behinderung. Dass es da vernünftig auf Weltklasseniveau auch mit einem großen Starterfeld gestartet werden kann. Und da versucht man das interessanter zu machen, größere Felder zu schaffen, auch weniger Goldmedaillen verteilen, weil dann der Wert auch steigt. Das ist interessanter fürs Publikum, für die Wettkämpfer. Es ist insgesamt eine Steigerung von Spannung, von Attraktivität. Deswegen glaube ich auch der richtige Weg. Aber man muss es erklären. Und da haben Sie jemanden gesucht, der das irgendwie hinbringt. Und da sind sie auf mich gekommen. Und ganz offen gestanden, ich mache es super gern. Das glaube ich Ihnen sofort. Aber ist das nicht kompliziert für den Zuschauer? Da kann ja unter Umständen einer weiterspringen und trotzdem nicht gewinnen, oder wie? Ganz genau, so ist das. Gewöhnungsbedürftig. Ja, inzwischen ist die Technik aber so weit, dass auf der Anzeigentafel gar nicht mehr der reale Sprung gezeigt wird, sondern direkt der Faktorensprung. Das heißt, der Zuschauer sieht dann sofort, der eine springt 6,30 Meter, der andere 6,10 Meter, obwohl er vielleicht 6,50 Meter gesprungen ist. Aber er ist Zweiter, weil der Faktor ihm eben dann die paar Zentimeterchen wieder in Anführungsstrichen raubt. Aber klar ist, je stärker die Behinderung, desto größer ist dieser Faktorenvorteil, damit es dann unterm Strich wieder gerecht zugeht. Das heißt, man hat jetzt nicht mehr so viele verschiedene Kategorien und Klassen wie früher? Ganz genau. Weil das war ja mal ziemlich kompliziert, fand ich. Im Skisport, da kann man es immer gut erklären, hatten wir früher 18 verschiedene Startklassen. Jetzt sind es noch drei, die, die eine Sehbehinderung haben, die, die sitzen und die, die stehen. Und da sind alle Behinderungsarten innerhalb dieses drei Klassensystems untergebracht, jeweils mit ihrem individuellen Faktor. Und dann weiß man ganz genau am Schluss schon, wer gewonnen hat und fair ist es auch noch. Bei den ersten Paralympics Winter haben Sie eine Bronzemedaille gewonnen. Bei den ersten Sommerspielen haben Sie gleich fünf auf einen Streich gemacht. In welchen Wettbewerben? Also 100 Meter, 400 Meter, viermal 100 Meter Staffel, viermal 400 Meter Staffel, Weitsprung, Hochsprung gab es noch gar nicht. Und dann Silber habe ich geholt in eine Disziplin, sehr skurril, Slalom. 50 Meter Sprint. Slalom im Sommer? Genau. 50 Meter Gehen, 50 Meter Sprint und 50 Meter Hürden. Immer und immer so um so eine Wendemarke rum. Weil man sich wahrscheinlich gedacht hat, irgendwie müssen wir die Behinderten beschäftigen im Sport. Eine Disziplin, die es ja sonst gar nicht gibt. Also irgendwie ein Käse. Aber die gab es auch nur 1980 und dann nie, vorher nie und danach nie, weil man kann auch die normalen Disziplinen nehmen. Aber das war natürlich, wie soll ich sagen, ein ziemlich gutes Gefühl. So richtig gut abzuschneiden, das war klasse. Das kann man sagen. Wie schnell waren Sie über 100 Meter? Also ich hatte den Weltrekord mal ziemlich viele Jahre, 1984 mit 11,63. Weitsprung 6,20 Meter, Hochsprung 1,68 Meter. So, das waren so meine Sachen. Ist eins dieser Ergebnisse immer noch? Zwei sogar. Zwei Weltrekorde halten Sie noch? Zum Weitsprung und Hochsprung, die sind jetzt beide so um die 30 Jahre alt. Aber es war noch niemand mit Behinderung an beiden Armen, der irgendwie weiter oder höher gesprungen ist. Und so alle vier Jahre, wenn Paralympics sind, sage ich mir, ja, war wieder keiner dabei. Es ist zwar irgendwie zutiefst unbescheiden, aber irgendwie halt trotzdem schön. Ja, das kann man jeder gut nachvollziehen, denke ich mal. Aber es ist doch im Sport eigentlich so, dass es jedes Jahr oder alle paar Jahre, wenn man jetzt mal die Doping-Sportarten da wegnimmt, diese Kraftdinger, neue Weltrekorde gibt. Ja. Hier nicht? Nö. Und ich sage mir, also entweder war ich damals wirklich so gut oder irgendwie oder ich weiß auch nicht, warum das bisher tatsächlich noch Bestand hat. Aber ich sage mir, wenn keiner höher oder weiter, wieso nicht? Schon. Aber mal ganz unter uns jetzt. Doping ist nicht nur beschränkt auf die anderen olympischen Spiele, oder? Nein, Doping ist auch ein Thema bei den Paralympics, ja. Was haben Sie genommen? Ich habe gar nichts genommen. Bei uns war das noch überhaupt gar kein Thema. Und in meiner Zeit gab es jedenfalls bis 1989 noch gar keine Proben. Erst danach hat man eine Doping-Politik entwickelt. Und ich bin nie jemals getestet worden. War für mich aber auch niemals ein Thema. Weil, ganz offen gestanden, in der Leichtathletik war ich meistens ganz vorn dran. Da habe ich es auch gar nicht gebraucht. Aber gerade die, die ganz vorn dran sind, haben ja meistens was genommen. Das ist ja noch keine Begründung. Ja, aber ich glaube, also in einem, wir haben natürlich in ganz anderer Dimension bei uns das Doping-Problem. Nämlich, bei uns gibt es nicht viel Geld zu verdienen. Und Geld ist ein riesen Motivator, um dann hin und wieder mal so ein bisschen zu bescheißen, oder auch nicht? Und das war nie ein Thema. Also ich habe auch nicht vom Sport gelebt. Ich musste immer dazu verdienen. Ich habe es mit der Musik gemacht. War für mich nie ernsthaft ein Thema. Heutzutage natürlich wird sowohl im Wettkampf als auch außerhalb des Wettkampfs kontrolliert. Wir haben diese Whereabouts. Also man muss immer sagen, wo man ist. Und diese Dinge, die halt die VADA, die internationale Anti-Doping-Agentur vorschreibt. Und die ist im Behindertensport inzwischen identisch mit dem Nichtbehindertensport, sodass das Kontrollsystem sehr dicht ist. Das ist auch richtig so. Herr Pistorius, ein Wort noch dazu. Egal, was er in seinem Privatleben sonst gemacht hat. Er wollte ja gegen gesunde Athleten antreten. Ja. Hätten Sie das für richtig gehalten? Ja klar, natürlich. Wieso ist das klar? Er hat doch ganz andere Voraussetzungen. Ja, das weiß man ja gar nicht. Also sagen wir so. Solange nicht feststeht, dass er tatsächlich unter dem Strich einen Vorteil hat, dadurch, dass er technische Geräte, Prothesen verwendet, gehört er selbstverständlich in ein normales Starterfeld, wenn er die Qualifikationsnormen hat. Es sei denn, es wird nachgewiesen, dass es tatsächlich ein so anderer Sport ist mit Prothesen, dass er einen echten Vorteil daraus hat. Dann darf er nicht starten, weil dann ist was unterschiedliches. Lass sich das so klar feststellen? Ja, mit dem, was gemacht wurde, also die internationale Leichtathletikverband, der hat ausschließlich danach geguckt, ob er einen Vorteil hat. Er hat verboten, dem Untersuchenden nach Nachteilen zu gucken. Das ist natürlich unfair. Das ist schon der Testansatz unfair. Und das hat der internationale Sportgerichtshof genau so gesagt. Er hat gesagt, selbstverständlich könnt ihr, wenn er einen Vorteil hat, darf er nicht starten. Aber so wie ihr es gemacht habt, ist das extrem unfair. Und insofern, wenn der Nachweis geführt wird, dann nicht. Und wenn er nicht geführt wird, darf er starten. Was Sie schon seit einigen Jahren machen und jetzt eben ausführlicher machen können, Sie müssen nicht mehr so viele Anfragen absagen, ist ja, kann man sagen, Motivationstrainer, oder? Ja, Motivation gehört dazu, obwohl das Wort Motivation so gut wie gar nicht fällt. Sondern es geht um Haltung, es geht um Einstellung. Es geht vor allem darum, zu zeigen, dass Leistung auf der einen Seite und Lebensqualität auf der anderen Seite siamesische Zwillinge sind und nicht Konkurrenten. Das ist ja ganz wie, manche sagen, ja, wenn ich mich ausbaue und so, dann wo bleibt die Lebensqualität und die Gesundheit? Und ich bin der festen Überzeugung, das gehört ganz dicht zusammen. Zumindest, wenn man Erfolg hat, ne? Nein, auch sonst. Wenn man sich ganz viel Mühe gibt und keinen Erfolg hat, dann geht es einem nicht so gut. Ja, wenn man sich ganz viel Mühe gibt auf dem richtigen Feld, kann man gar nicht nicht Erfolg haben, es geht gar nicht. Ich bin fest davon überzeugt, dass jeder von uns Talente in sich trägt, die er entwickeln kann. Aber was unser Problem ist, wir kümmern uns viel zu sehr darum, was der andere leichter macht, wo der sich andere besser tut und andere können dies nicht. Und meine Schwäche ist folgendes. Da gibt es noch eine ganz andere Anekdote dazu. Das ist so, hier, New Yorker Börse, Wall Street, laufen zwei Kollegen in der Mittagspause, jeder so ein fettes Sandwich in der Hand, kommt der Chef vorbei. Im nagelneuen neuen Elfer Porsche Cabrio tippt der eine den anderen an und sagt, ey, pass auf, in einem Jahr fahre ich auch so eine Kiste, 100 Prozent. So, in Stuttgart, Börse, zwei Kollegen, Mittagspause, haben irgendein Sandwich in der Hand, kommt der Chef vorbei. Im nagelneuen neuen Elfer Porsche Cabrio tippt der eine den anderen an und sagt, aber ich sehe, in einem Jahr lauft der auch wieder. Ja, das ist so der Unterschied. Also, für was setze ich meine Energien ein? Darauf, dass ich neidisch bin auf den anderen, was der kann, was der macht, was er hat? Oder gucke ich drauf, was habe ich denn selber in mir und kümmere mich darum, um das zu entwickeln? Und der beste Gradmesser ist, was macht mir Spaß, was macht mir Freude, wo gehe ich so richtig auf drin? Und wenn man das weiterentwickelt, dann kann man nicht dauernd Misserfolg haben, das geht überhaupt nicht. Nur, wenn ich auf andere gucke und sage, oh, das hätte ich gern, aber ich kann es gar nicht. Das macht einen dauerhaft unzufrieden. Und mein Petitum, das, was ich gern möchte, ist, Menschen dahin zu entwickeln, zu sagen, wo bin ich gut drin, was macht mir wirklich Freude? Und wo kann ich Leistung entwickeln, die gleichzeitig diese Lebensqualität auch bringt, plus Gesundheit bringt? Es gibt kein besseres Belohnungssystem als das des eigenen Körpers. Wenn mir was gut gelungen ist, dann sagt meine Endorphinquelle, Pumpe auf 100 Prozent, sag ihm, das war gut. Besser geht's nicht. Keine Schokolade kommt da mit und kein Lob des Kollegen. Aber wenn dieses System von, ich kann was, ich bin was, jemand sieht das. Wenn dieser Dreisprung da ist, dann kann eigentlich überhaupt nichts mehr schief gehen. Und da bringe ich die Leute gern hin. Mach was draus, heißt Ihr Motto, heißt auch das Buch, in dem Sie einige dieser Ideen aufgeschrieben haben, nachdem Sie Ihren Lebenslauf ein bisschen, wie Sie geworden sind, was Sie geworden sind, geschildert haben. Da geht es um mehr Kraft, mehr Gelassenheit, mehr Leben. Und nachdem ich das gelesen habe, weiß ich auch, Sie kümmern sich nicht so sehr um die Schwächen, die Sie haben. Irgendjemand hat möglicherweise ja auch Schwächen, aber Sie arbeiten die Stärken raus und verbessern die noch. Haben damit bessere Erfahrungen gemacht. Ja, das ist das Einzige, was zufrieden macht. Also ich sag mal, an dem rumpopeln, was man eh nicht richtig gut kann. Ja, das ist also, wenn ich ein kommunikativer Idiot bin und sage mir am Abend, ich habe heute drei Leute getroffen, die sind noch viel schlechter als ich. War das ein toller Tag. Ist für mich eine grauenvolle Vorstellung. Sondern in dem, was ich gut kann, zu sagen, lass doch mal gucken, wie ich heute ein kleines bisschen besser werden kann. Wo kriege ich noch was her? Wer macht mir das vor? Wo sehe ich ein Vorbild? Oder diese Dinge mehr. Das ist das, was dann am Abend sagt man sich, ey, war gar nicht schlecht und morgen guckst du noch und legst du mal einen nach. Dann bedanke ich mich für diese Auskunft. Ich hoffe, dass Sie noch vielen Menschen ein bisschen was von ihrem Optimismus, von ihrer Kraft weitergeben können, damit die fast so erfolgreich sind wie die. Dankeschön. Ihnen auch vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss.